Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Shanghai. Der Shanghai ist ein schöner Short-Drink für den Abend. Der Pastis gibt ihm seinen Pfiff. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 8cl brauner Rum, 2cl Pastis, 2 Spritzer Grenadine, 6cl frisch gepresster Zitronensaft, Maraschino-Kirsche, Scheibe Zitrone, Krasht-Eis. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Short-Drink-Glas, Cocktail-Spieß. Zubereitung Krasht-Eis in einen Shaker geben. Dazu kommt Rum, Pastis, Grenadine und Zitronensaft. Alles schön shaken. Den Cocktail in ein gekühltes Short-Drink-Glas abseihen. Die Maraschino-Kirsche und die Zitronenscheibe auf einen Cocktail-Spieß stecken. Den Cocktail mit dem Spieß dekorieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!